Hey, da sind wir wieder. Wir haben zuletzt den Flughafen gelöscht und es war schon, was uns erwartet. Wir haben noch nicht Zeit, um unsere Basis zu verbreiten. Und die Zombies sind bereits in enormen Nummern. Wir können nicht ihre Attacken anbieten, bis die restliche Kraft kommen, ohne dass wir etwas machen. Richtig. Du musst das Zombie-Repulsion-Chemikalien um den Flughafen gelöscht, bevor es zu kalt ist. Hier ist das Areal und hier die Attacke. Oh dann. Arcade in Level 3. Dann wollen wir uns das Ganze doch mal angucken. Dann starte die Zombie-Repulsion. Es sieht, dass die meisten von ihnen aus dem Infected Bus-Depot kommen. Verstöre alle Busse, nachdem du die Umgebung über die Basis gelöscht hast. Das soll helfen, die Pressure zu reduzieren. Okay, da sind nur drei Busse. Hier ist er fix. Dann sprühe du mal. Dann sprühe du mal. Ich stelle mich zur Verfügung. Hier sind heute есть zombies. Ok, da muss ich hin. Schnell zurück. Eigentlich so fies, dass man da nicht durchkommt. Da sind hier noch mehr Busse, da ist er ein Bus. Wir haben fehlgeschlagen. Das probieren wir noch. Nein, ich habe das Upgrade jetzt nicht. Das Upgrade verloren geht da durch, das ist ja blöd. So. Dann wollen wir das mal machen. Wobei, ich kann das auch umgekehrt machen. Zuerst ein Busdepot alles kaputt machen. Jetzt sind alle Busse kaputt. Und wohl dann ins Rale dorthin. So, das haben wir jetzt erfüllt. Jetzt wird da die andere Seite einfach gesäubert. Ja, das kannst du auch um. Ja. 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 Blutiger Regen habe ich jetzt auf Erfolg freigeschaltet Oh Mann oh man, Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe, Hilfe, Hilfe 2. Ebene oh, shoo oh, shoo oh, shoo Und wieder verteidigen Das schaffen wir noch Oh Kein Laufen mehr Auf der Art Ja, so viele die hier kommen Und, abgeschlossen Die Schaft Sehr, sehr schön Kommen wir nochmal wieder zurück Na, ich komme nicht durch die Sandsecke Da haben wir es doch gemacht Haben wir Klughafen Vetter eigentlich Wunderbar Es waren zu viele von ihnen Squad Alpha und Squad Charlie Sie haben keine Probleme gemacht Das ist klar Wir haben den Flughafen verteidigt Das hat er eingenommen Und Mal schauen was uns dann Beim nächsten Mal erwartet Bis dahin Habt euch wohl Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao